ich brauche für wachs zehn ja gut das kriegt zusammen so jetzt gehen wir mal zum cbd öl dafür brauche ich hindu kusch und northern lights ist ja auch hindu kusch ja dann flanschen 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 wir noch eine hindu kusch und noch eine northern lights ich weiß da steht eine und eine angefangene aber so dann kann ich ja vielleicht auch guck mal hier dankeschön dann kann ich ja dann vielleicht hier den kram bald abgeben so dann brauche ich auf jeden fall eine jack hara und thc öl für thc öl brauche ich auch eine jack hara und eine cam dog also hier kommt die cam dog rein und hier kommt eine jack hara rein das abschneiden ja schon aber es reicht nicht kacke kacke na gut kommen dann machen wir hier noch ein paar marshmallows es ist schon wieder voll ja gut ähm 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 eine hindu kuschblüte Gucken wir mal nochmal, ne warte Lager ist ja eh voll, wa? Hier irgendwas upgraden, vielleicht den Bahnhof, ne, da fehlt noch ganz viel Zeugs, hm, Junge, Acht, guck mal hier, das war der Plan, dafür brauch ich 200.000, ja, das hab ich jetzt natürlich verkackt, wieso konnte ich die Donuts aufheben, keiner weiß das, noch einmal Mehl dann ist das vorbei also nicht das aber dann habe ich wieder ein bisschen ein bisschen platz ja dazu muss ich aber erst mal wieder irgendwas produzieren oder so habe ich noch ein northern lights da stehen sehen wir aber erst das mehl auf und geben es ab bevor ich hier die hindukusch abschneide die restlichen und das aufhebe ich jetzt damit vor ihr geben genau 22 minuten klick für kacheln für kacheln mache ich jede ganze menge für kacheln schnipp dann sind wir direkt normales gang nach weil ich ahne dass das nicht gereicht hat hat es auch nicht aber jetzt schneide ich die eine hier noch ab geht nicht ich wollte die zweite jack harrah pflanzen aber es geht nicht was hatte ich vor mit northern lights eigentlich ich glaube ich wollte wachs machen kann es sein dafür brauche ich aber hindukusch hindukusch und northern lights gut die hindukusch brauche jetzt schon nicht mehr so lange ja gut hilft nichts ich muss wieder sachen in die apotheke schmeißen und verchecken und zwar aus dem lager das nehmen wir dann da kommen verchecken wir hier mal butter oder warte mal von sorten bei sorten ist zehn das maximum na gut also northern lights schnipp da pflanze ich jetzt noch mal eine jack harrah jetzt fehlt nur noch eine hindukusch die wächst da auch schon ist auch gleich fertig oh gott oh gott oh gott oh gott oh gott hindukusch hindukusch guck mal da fehlen auch nur noch lampenfassungen die man im übrigen auch in schlaglöchern findet aber ich repariere jetzt hier trotzdem nichts ich gucke einfach ob es die im laden gerade gibt und lampenfassung nein 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 nö gibt es gerade nicht ja pech upsie ach genau das kann ich ja noch machen schließe deals mit leuten an produziere flüssige cannabis produkte nur reiche können diese aufgaben erfüllen was ist denn dazu diamanten ausgeben legendäre hanfblüten kaufen beutekisten mit schlüssel öffnen alles düngen was man düngen kann ja gut die deals hier sind alle am besten aber das nicht schließe deals mit dem doktor ab das gibt am meisten punkte naja